Subtatarasana ist der auf dem Rücken liegende Stern. Du legst dich auf dem Rücken, du gibst die Fußsohlen zusammen und die Zehen zur Stirn hin und gibst dabei die Knie nach außen. Von oben betrachtet sieht es aus wie ein Stern und so ist es Subtatarasana, der auf dem Rücken liegende Stern. Gibt eine gute Flexibilität für die Hüften und eine schöne Massage für den Bauch und gleichzeitig eine sanfte Dehnung in den Rücken und Hüftkreuzbeingelenken.